Hey, ja, Kanscha, du bist süß, jetzt komm. Hast du süß gesagt zu mir? Hast du gerade gesagt, ich bin süß? Hast du gerade gesagt, ich bin süß? Was passiert mit mir, wenn man zu mir sagt, ich bin süß? Oh, Rieke, du auch noch, seht ihr? Seht ihr? Sag das nicht zu Kanscha. Die Switch und ich, wir sind sehr, sehr empfindlich. Gut, solange das Mädchen sagen, passiert sowas. Würde ein Junge das zu mir sagen? Ich würde die Switch ausmachen, glaube ich. Oh mein Gott, das hat er nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ich habe die Switch ausgemacht. Na, wie gefällt euch der Stream? Fühlt ihr euch unterhalten? Ist er immer noch unterhaltsam? Genau das passiert. Wenn Mädchen in Mario Kart 8 Deluxe zu mir sagen, süß, ich fahre dann andersrum. Wenn ein Junge zu mir sagt, ich bin süß. Und sowas wie immer mein Süßer. Ja, dann stürzt die Switch ab. Was mache ich jetzt?